Hallo liebe Leute und herzlich willkommen wieder einmal bei Graf Zocke zum zweiten Teil unserer The Elder Scrolls Beta. So, wir stehen jetzt hier quasi vor der Tür, wo wir als nächstes rein müssen. Wir haben ja zuletzt hier draußen die ganzen bösen typisch abgeschnetzelt, da hatten wir noch einen Stufenaufstieg, da schauen wir jetzt mal rein. Also zu anderen erst kann man hier natürlich nach dem Stufenaufstieg Attributspunkte vergeben, Ausdauer, halt so wie man schlagen kann, wie kräftig man schlagen kann. Man braucht halt für so Spezialangriffe, wie ihr es im letzten Video gesehen habt, werdet ihr denke ich nachher auch noch sehen, Ausdauerpunkte und damit die einfach mehr sind und sich schneller regenerieren und so kann man halt das. Ich denke, ja, wir geben nochmal Lebensenergie. Genau, dann rundet sich das noch ab. So, Fertigkeitspunkte, das gleiche, da kann man jetzt hier zum Beispiel gehen auf Meuchelmord. Das ist jetzt eine Sache, die direkt von meinem Assassinen ist. Fertigkeits, ähm, Fertigkeits, äh, Fertigkeits, äh, verändern, aha, okay. Äh, Siegklinge, ja, das sind halt quasi so, so, Zaubersachen, die ich jetzt hier einstellen könnte oder freischalten könnte, ähm, wie das hier oben zum Beispiel. Das habe ich schon, das ist, liegt bei mir momentan auf Y, glaube ich, ne, auf, auf LB, genau. Ähm, hier kostet Magica, also Magikpunkte, was ich euch gerade eben erzählt hab. und, ähm, ihr rammt eine magische Klinge mit tödlicher Präzision in euren Feind und verursacht 223 Magischaden. Ziele mit weniger Leben erleiden 300% zu sich. Also, das ist quasi wie so ein Finish-Move. 223 Schaden normal und Ziele, wenn sie wenig Leben haben, also scheiß, wenn sie schon fast tot sind, kriegen sie nochmal 300% draufgebrummt. Und dafür kann man das alles jetzt hier quasi einsetzen. Schatten ist für mich sehr interessant, weil ich halt gerne schleiche und sowas. Ähm, ja, hier. Was ist das? Einfach mal... Ah ja, okay. Ne, ich würde sagen, wir verbessern dieses Mal das Schleichen ein bisschen mehr. Also, das hier, das ist kein Schleichen, das ist direkt Unsichtbarkeit, ja. Schattenkind, Dunkelmantel. Also, so weit war ich jetzt auch noch nicht. Jetzt muss ich auch erst mal lesen und schauen. Ähm, wählt die Fähigkeit zu Schattelmantel verändern wollt. Dies kostet einen Fähigkeit. Punkt, okay. Das läuft natürlich gleich. Entfernt Effekte mit Schaden über Zeit. Garantiert einen kritischen Terror für den nächsten Angriff. Schattenkleid, genau. Da muss man sich das nämlich auch noch aussuchen, so zwischendrin. Genau, und das hier haben wir ja auch schon. Genau, okay. Haben wir das zugewiesen hier? Zwei Händler, dass die Waffe, die ich zum Anfang ganz zum Anfang hatte. Zwei Waffen und Bogen sind so meine Hauptwaffen momentan. Ähm, ja, bei Bogen habe ich jetzt natürlich noch gar kein Dings extra. Das kann ich jetzt nichts mehr machen nach dem nächsten Stufenaufstieg. Und, ja, okay. Gehen wir direkt erst mal weiter jetzt. Ne? Bevor wir hier wieder Ewigkeiten rumlabern. Gehen wir halt mal hier reingucken. Und hier ist schon wieder ganz schön was los, so wie es aussieht irgendwie. Äh, okay. Diese Totems scheinen eine Kombination aus Wind und Geist zu nutzen. Ob ich wohl? Entschuldigt mich, dürfte ich wohl? In der Tat. Ich schätze, das ist optimal. Diese Rituale der Seedipan sind barbarisch, aber recht effektiv. Dieser Wirbelsturm, den sie heraufbeschworen haben, um unsere Flotte an Kenatis Rast zu zerschmettern, das war nichts im Vergleich zu ihren derzeitigen Bemühungen. Ihr habt offensichtlich nie die theoretischen Grundlagen von Blutopfern studiert. Und seht ihr diese schlangenförmigen Statuen? Ihre Sturmtotems? Sie sammeln Geisterenergien aus den bedrohenden markierten Zielen und kanalisieren sie wie Wasser in einem Trichter. Das ist genau die richtige Frage. Es scheint, als ob die Seedipan einen besonderen Magnetstein benutzen, um den Kanal zu blockieren. Nähert euch einem aktiven Sturmtotem und haltet den Magnetstein vor euch. Dann solltet ihr die Energie einfach ablassen können. Ihr solltet euch das selbst anschauen. Auf jeden Fall. Macht nur. Seid nicht schüchtern. Es ist ja nicht so, dass die Energien des Sturmtotems durch euren Körper strömen würden, bis ihr nicht mehr als eine leblose, rauchende Hülle seid. Aber stellt euch bitte nicht den Pfützen, ja? Also die Texte sind manchmal schon echt, echt auch geil, ne? Jetzt gehen wir erstmal wieder in die Ego-Perspektive. Ach, jetzt bin ich nach unten gegangen. Okay. Gibt es jetzt hier irgendwas Tolles? Wo ich hier die Blitze ausschalte? Fast durchsuchen. Hocken. Ne, mach mit. Bisschen hier so Alchemie-Zeug. Das ist mal erstmal hier. Irgendwie hat das nicht funktioniert, oder? Doch, es hat funktioniert. Jetzt ist es aus. Ich wusste, dass Nähe der Schlüssel ist. Und seht euch an. Nicht einmal eine Spur von tödlichen Blitzen. Ihr habt das Prinzip erfasst und es jetzt auf den anderen Sturmtotems anzuwenden, bevor... Nun, damit beunruhige ich euch jetzt besser nicht. Ah, nein. Ich sollte euch nicht unnötig Sorgen bereiten. Das weiß ich nicht mit Sicherheit. Es gibt zwei Möglichkeiten, von denen keine besonders gut für alle auf dieser Insel ist. Man greift nicht zu Blutopfern. Es sei denn, man braucht sehr schnell sehr viel Energie. Oder man will diese Energie, nun ja, genauso schnell wieder freisetzen. Oh. Hört zu. Ihr kümmert euch um die Sturmtotems. Ich werde herausfinden, wie man etwas gegen das Blutritual der Seelipan unternimmt, ohne Mistral auszulöschen. Klingt das angemessen? Die einzige Gewissheit ist, dass die Zeit drängt. Ihr solltet euch beeilen. Toll, wir sollten uns beeilen. Super. Finde ich ganz geil von dir, dass du mir jetzt hier diesen Druck quasi in die Fresse legst. Oh, hier geht es doch schluss. Guck mal da. Will man nicht treppen? Genau. Jetzt. Unruhe kann unverändert werden. Ja, gut. So. Ja, dein Stab, den nehmen wir mit, den können wir verkaufen, ist nicht das Problem. Hinten ist gar nichts. Na gut, dann ist hier hinten eben nichts. Aber da vorne, gucke, da ist so ein Ding. Fünf Stück sind es noch an der Zahl. Den ersten haben wir direkt hier. Der hier kriegt erstmal eine ab. Ja, ja, du alter Zauber-Otto. Hau dir hier mein Pfeil ins Gesicht. Oder Schwert. Ja, die Partnerin hier. So, goa. So. Jetzt sind wir hier auch wie, wie, wie im Kernkraftwerk hier mit Tesla-Spulen und so. Geht auch ordentlich Power voran. Da ist der nächste. Ey, so komme ich weit weg. Jetzt wird nicht lange dauern, die Quest. Aber ich habe es, finde ich, auch schon so schön gemacht. Ähm, so in der Anfangsphase ist das alles hier noch nicht so schwer und nicht so langwierig. Alles noch ein bisschen einfacher. Oh, ne? Genau, jetzt zum Beispiel steht hier die Tante genau vor uns. Aber wir können den Typen trotzdem treffen. Und durch sie durch. Geht auch der Pfeil. Und, äh, ja. Das ist ja vollkommen normal so, ne? Genau. Biam, 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 biam. Fertig. Beidhänder, Schild. Ne, mochi net. Desch, mochi net. Ausfam. So, mach das Ding hier wieder auskommen. Wir sind jetzt online, ne? Habt ihr vielleicht gerade gesehen? Da war jetzt, äh, so ein zweiter Typ. Ja, und ich bin jetzt mal hier so richtig, richtig kackenfrech. Bevor der mir hier das wegnehmt. Ich weiß jetzt halt nicht, ob jetzt, ähm, er die Quest auch beenden kann. Oder nur ich, wenn wir hier beide drin sind. Ähm, das ist auf jeden Fall zufällig. In anderen Games ist es ja so, wenn du hier so eine Höhle betrittst, dann, äh, bist du wirklich alleine. Hier ist das nicht so. Auch hier, ähm, kommen dann einfach so random online Leute durch. Und, ähm, deshalb ist man dann hier mehr oder weniger zum Zusammenspiel schon fast wie gezwungen. Ich find's nicht schlecht. Ist ganz cool eigentlich, weil es ist ja eigentlich auch irgendwo, ähm, realistischer, sag ich mal, ja. Wenn da draußen, keine Ahnung, hundert Leute vor der Höhle rumlungern, ne, dann geht man rein, einfach immer ganz alleine. Obwohl 50 gesagt haben, ja, ich komm mit. Äh, nee. Ist komisch. Oh, oh, oh. Eine Kiste. Wollt ihr satt? Was ist die Asche? Ja, frage ich, weil er jetzt verbrannt ist, ist jetzt nur noch Asche da. Ach genau, hier können wir wieder... Pion. 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 Ja, hier können wir mal mehr. Vor hinten, von vorne, Zauberei, Schwert, Heinis, und, 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 hier kommt, kriegst du noch mal einen dicken Pfeil in die Fresse, so. Ist aufgezogen, ist aufgeladen den Pfeil. Komm, hier, Bobby, du kriegst auch noch mal einen dicken, fetten Pfeil. Dankeschön. Portet sich genau vor mich und dann fällt dein Tod um. So ein Schlaubeer. So, gibt es hier irgendwas? Ja, haben wir noch gewusst. Ein Buch gibt's. Okay. Ja, ich bin immer momentan, also hier in der Beta, denke ich noch zu faul. Das wird sich alles, denke ich, regeln, wenn wir... Oh, ja, hier sind ja noch mehr. Verdammt. Wird sich alles regeln, dann, wenn das Spiel tatsächlich draußen ist und ich das wirklich aufnehmen sollte. Also ich hier auch Bücher vorlese, wenn ihr wollt. Ich hab das sogar in Skyrim gemacht, ja. Also ich bin eigentlich wirklich jemand, der sogar die ganzen Bücher liest, die man da zu finden hat. Weil es einfach irgendwo Spielgeschichte ist. Auch wenn man dafür eigentlich nicht trägt, weder Geld noch irgendwelche Erfahrungen noch sonst irgendwas. Aber ich hab's gemacht, einfach weil ich es geil fand. Weil die Mühe, die sich die Entwickler da gegeben haben... Oh Gott, ich bin gleich tot. Fällt mir jetzt gerade mal so auf. Oh, schnell mal heilen lassen hier. Ne, die Mühe, die sich die Entwickler da gegeben haben und wirklich solche Bücher geschrieben haben und dann auch übersetzt haben. Also, oder andere Leute, die das übersetzt haben auf Deutsch, ne. Voll am Kämpfen sind. Ja, stehen bleiben und erstmal so schön fünf Minuten ein Buch lesen. Äh, ich glaube, das kommt nie so... ...pralle. Was ich jetzt halt schade finde, man konnte in... ...Skyrim, in ihrem Offline-Game, konnte man ja, ähm... ...die Bücher mitnehmen. Man konnte sie zu Hause in ein Bücherregal tun. Und, ähm... ...ja, das geht jetzt hier wahrscheinlich natürlich nicht mehr. Die werden an ihrem Platz liegen bleiben, die Bücher. Oder beziehungsweise stehen bleiben. Und dann müssen wir halt gucken, wenn wir dann sowas lesen wollen... ...dass wir uns einen Ort aussuchen, wo wir da besser ankommen. Ich meine, hier gibt's ja auch in den Städten Bibliotheken und so'n Quatsch, also, äh... ...und die werden dann auch recht, denk ich, alles haben. Ähm, ja, da kann man ja da auch mal hingehen. Lustig, geht mal in... ...In-Game, äh... ...geht mal zur Bibliothek, was man in dem möglichen Leben irgendwie schon Ewigkeit nicht mehr gemacht hat. Letztes Mal irgendwann zur Schulzeit, als du da musstest, ne. So. Aber jetzt... ...abgeschlossen. Es ist eher als Ziel, der direkt zu eurem Verstand spricht. Ihr findet meine Psychic-Projektion in der Nähe des Tunnel-Ausgangs. Ich weiß, wie man ihn mal auch mal aufhalten kann. So. Der fällt ganz um und die Michschleutern weg. Was ist mit D-Tier? Ja, genau. Hilfe. Rennen davon. So ist richtig. Das ist so was geplant. Helfen wolle ich dir. Ich versuch's jetzt gerade noch mal zu machen. Und... Das ist ja immer gerade voll daneben geschissen. Oh je, oh je, oh je, oh je. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Verdammt. Hätte vielleicht mal Pfeil und Bogen... Wie ein bisschen weglassen soll, ne? Jetzt bin ich tatsächlich tot. Verdammt! Na gut, okay. Ihr seht's ja auch mal. So, ähm... Ist es halt. Letzte Treffer. Ah ja, siehst du? Oh, sogar. Hab ich noch nicht gesehen. Ist alles schön aufgelistet. Okay, Wegschreien. Da starten wir jetzt neu. Mal gucken, hoffentlich. Aber wir hatten ja die Quest nicht schon erledigt. Also wir hatten die ganzen Dinger da, äh... ausgeschaltet. Jetzt sind wir hier vorne. Sprecht mit Tralala. Ja gut, okay. Wir werden jetzt wahrscheinlich wieder komplett durchlaufen müssen. Aber das ist nicht so schlimm. Aber wisst ihr, was? Jetzt, äh... Machen wir hier mal wieder... Ähm... Einen auf Nahkampf. Genau. Das da will ich. Und neben Hand will ich kein Schild. Will ich meine zweite Axt. So sieht das aus. Prügeln, kloppeln, bis der Arzt kommt. Ne? Das hat schön hier zwei Waffen. Prügeln, kloppen, bis der Arzt kommt. Ja, genau. Doch, das dauert ja im Normalfall nicht so lange. So, jetzt hier, komm. Äh, so ein bisschen wie, ein bisschen effektiver hier. Reden will ich nie mit der Frau. Ja, falls ihr jetzt denkt, hier, warum hüpft denn die ganze Zeit rum? Ähm... Das liegt halt daran, weil diese Interaktion und Springen ein Knopf ist. Wenn du nichts zum Interagieren hast, springst du halt. Und, äh... Ja, diese Steuerung ist immer ein bisschen... Ein bisschen sehr empfindlich. Ein bisschen sehr genau. Wenn du nicht genau drauf zielst, auf den Körper, den du durchsuchen willst, dann springst du eben. Hier war doch noch was. Gießen. Bananen. Äh, Quatsch, nicht Bananen. Erdbeeren. Aber irgendwie auf Spanisch oder so geschrieben. Und, ähm... Ja, das ist, denke ich, auch einfach nur so ein Translation-Fehler. Vom... Der Wetter. Ja, wie schlimm. Ja, ich will doch gar nicht mit dir reden. Ich will eigentlich den durchsuchen, aber... So, du bist auch down. Komm, löse, hoppla, hopp. So, die da hinten hat angefangen mit dem Auto hier zu kämpfen. Oder ich habe ihn gezogen und sie macht es halt fertig jetzt. Genau, jetzt können wir den auch durchsuchen. Jetzt hat er mal was gehabt. Ja, mal gucken. Hier, wo ich nie lang. Hier müssen wir lang. Genau. Noch einer von die Bösen. Rang 10 bei zwei Waffen. Sehr schön. Was haben wir für ein Level? Okay, immer noch sieben. Ich dachte, jetzt hat sie ein bisschen mehr getan bei den Balken. So, der ist auch hinten. Aber meine Hauskatze, genau, die hier rumrennt. Wir gehen jetzt aber auch direkt weiter. Also ich weiß nicht mehr, ob es hier irgendwann in den Kisten noch was gibt. Da habe ich jetzt gerade eben auch keinen Bock mehr zu. Wir sind ja sowieso recht gut ausgerüstet. Also, äh, haben wir jetzt hier nicht immer so extrem Bedarf. Ja, ja, lebt wohl. Okay, lieber Geist. Also wie gesagt, wenn wir das hier wirklich richtig let's playen werden sollten, dann werden alle Dialoge, ähm, ausgesprochen werden. Ist ja sogar Soundaufgabe extra schön auf Deutsch. Ja, von daher, machen wir das was. Ist jetzt hier schon wieder los? Was machen die denn hier? Die Giffel-Schlange Die Giffel-Schlange Ich stirb halt einfach mal. Mach da, Nerdy. Was machst du? Guckst du dem auf den Arsch, oder was? Ey, Alter. Wir haben mal ein Stück zur Seite hier, wenn der hier unbedingt tauern will. Ich glaube, der ist tot. Die Giffel-Schlange gibt dein Gold hier. Du hast dein Geist, das weiß ich. So, unschädlich, unschädlich. Eins haben wir noch. Und hier noch so'n Dödel. Noch mal schnell unsichtbar machen. Okay, eins. So, ja, da liegt's hin wieder. Genau. Licht schön. Ganz vorbildlich. Auch wenn du blau leuchtest, das bringt überhaupt nicht du vorwegst. Trotzdem, so. Machen wir dich hier auch nochmal mit Strömelingen kaputt, so. Yay. Sturmsklave. Was ist mit dem jetzt da? Wir müssen diesen Ort unbedingt verlassen und ich soll ihm folgen. Dann werden wir's tun. Was, was? Mach so. Platsch. Gut. Jetzt bin ich, ah, hier bin ich jetzt wieder, okay. Abgeschlossen. Kommt vom Platz. Mal mit dem wieder reden. Joa, bisschen. Natürlich nicht so aufregend für die Maorma. Dank eurer Bemühungen sind die Maorma entweder geflohen oder tot. Genartis Rast ist sicher und aus freiem Stück Teil des Altmeerlidankens. Wenn ihr es denn unbedingt wissen wollt, Rasumdar behält vielversprechende Leute im Auge. Super. Quest abschließen. Messer der Sturmsklaven. Da müssen wir da mal reingucken. In-Winter. Haupthand. Na toll. Wird beim Anlegen gebunden. Messer des Sturmsklaven. Zweihändig. Stufe 6. Schaden ist okay. Allerdings halt zweihändig. Bringt mir echt gar nichts. Hälfte 250 Prozent. Was denkt ihr, ist geschehen? Hm. Ne, also ich glaube... ...dat, äh, brauchen wir nicht mal. Weil, äh, das ist ein Zweihänder, den brauchen wir nicht mal gucken. Vielleicht finden wir hier online jemanden, dem wir das Ding verkaufen können oder so, weil das geht irgendwie auch. Man kann auch mit den Leuten direkt handeln. Ganz, ganz, ganz nice gemacht. Ihr habt da ne Riesenschlange gemacht. Was macht ihr jetzt? Ästet ihr die jetzt los? Ach, da mal. Ja, jetzt haben wir ja gewonnen. Genau, das ist ja jetzt hier wieder. Alle in uns. Was? Jetzt, äh, soll ich da hingehen? Schnell ich da schon mal. Lass uns mal mal. Warte mal, jetzt mach ich mal, äh, Karte auf. Ganz kurz, vergessen, tagebuch. Ah ja, okay. Na, wir werden mal sehen. Die wollen jetzt von mir, dass ich hier, die andere Quest von da ganz unten. Also außerhalb der Stadt hier. Da hatte ich noch was offen. Da wollen die, dass ich das jetzt mache? Ja, hallo. Der andere ist komplett fertig. Ja, genau. Jetzt sind wir wieder hier. Hier waren wir erst schon mit dem Mordfall aus dem ersten Video. Das war ja hier. Sieht also, ob die Sonne gleich untergeht. Also Nacht habe ich hier noch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht. Gibt es einen Tag-Nacht-Zyklus? Kann schon sein. Ich habe noch keinen richtig mitbekommen. Was machst du hier? Du NPC? So klauen oder was? Bei der Bettlerin. Ach. Achso, setz dich da hin. Ach, du willst hier oben klauen oder was? So ein Schweinebärchen. Hey, hey, hey. So, okay. Und ich soll jetzt Fußrolle hin? Da soll ich wirklich hin. Wisst ihr was? Kommt. Ja, wir haben hier umsonst ja den wunderschönen Karl Hengst. Ja, die Wache ist anbietbar. Ja, die Wache ist anbietbar. Ah, gucke, hier irgendein hässliches, fettes, blödes Monster hat uns angegriffen, das uns vom Pferd geschmissen hat. Krasse. Der Toil ist tot. Und Buggy ist es auch. Ihhh. Also das ist jetzt eindeutig ein Bug. Oh mein Gott. Solche Dinger, die kann man definitiv verzeihen, ja. Ich meine, die lernen ja draus aus dem, was wir hier machen und sehen. Ähm. Und, äh, solange wie hier die Beta nicht abstürzt und wir weiterhin schön Spaß haben können, ist das alles im absoluten grünen Bereich, denke ich. Ja, selbst wenn sie abschmiedet oder die Server down gehen oder sonst was. Das sind halt alles Tests, die durchgeführt werden müssen, so sehe ich das zumindest, äh. Und, ähm, ja. Ja, wie gesagt, äh, oder hab ich es, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich glaube ich hab es gar nicht gesagt, aber ist egal. Ähm, worauf ich hinaus will, ist im Endeffekt, wenn ich ein neues Video mache, ähm, ich schaue es mir eigentlich auch immer nochmal komplett an, bevor ich es, äh, wirklich veröffentliche. Und, ähm, genauso ist es hier auch, ne. Nur, dass halt eben ein paar mehr Leute gerne hätten, wo man, äh, ja, wo die einfach drüber schauen und sagen, ja, das ist gut, das ist schlecht. Und, ähm, ja, an und für sich finde ich diese ganze Beta-Testerei eigentlich nicht so verkehrt. Das Problem ist, äh, immer, es, äh, besteht weiterhin das Problem mit meinem Internetanbieter, dass ich eigentlich, äh, ja, eine zu geringe Leistung von meinem Internet habe. Und, ähm, ja, diese Beta hier hat, äh, 54 Gigabyte. Das ist eine extrem krasse Hausnummer, also so viel habe ich, glaube ich, noch nie mehr im ganzen Leben aus dem Internet runtergeladen. Und, ähm, das hat weit über 24 Stunden gedauert. Also 36 war es, glaube ich, sogar schon fast. Und, ähm, das tut mir leid, aber das ist eine Sache, das geht überhaupt nicht, ja, und, äh, das ist eindeutig nicht mein Internetanbieter dran schuld. Und, äh, ja, wie der Upload dann auch sieht, könnt ihr euch auch vorstellen. Und von daher, äh, haben wir mal einfach gucken, was da rumkommt, ja. Ja, wir kommen vorhin rüber. Und, äh, wenn müsst ihr denn? Ich kann euch nach Vulkelwach in Auridon bringen. Ich habe viele Sachen, die man den Hochelfen verkaufen kann. Okay, super. Boat übersetzen zu den Hochelfen? Okay. Und, ähm, das ist jetzt hier erstmal der nächste Step in dieser Quest. Pascha für den Zutritt. Ähm, ja. Gehen wir, gucken wir mal. Wir können jetzt so viel... Kommt, wir müssen reden. Das ist der Prophet, mit dem bin ich zusammen, äh, hier auf Tamriel. Das ist diese ganze Welt, dieser ganze Kontinent hier angekommen. Wir waren vorher, ja... Ich will nicht zu viel verraten, wir waren vorher in einem anderen Ort. Da seid ihr ja, Entseelter. Wir müssen sofort reden. Hört gut zu. Ich habe eine sichere Zuflucht gefunden, von der aus wir unser weiteres Vorgehen planen können. Ihr müsst mich dort... Ich bin an einem sandigen Ufer erwacht. An einem Strand, der sich vor einer belebten Elfenstadt erstreckte. Vulkiel wacht. Die Zuflucht ist in einer Höhle am Meer außerhalb der Stadt. Genau dort werdet ihr mich finden. Ja genau, findet die Zuflucht. Eine heikle Lage. Was ist das jetzt? Die Zuflucht, genau. Eine heikle Lage ist wieder was anderes. Und dafür sollen wir jetzt... wohin? Genau, da oben rein. Ah, ja. Jetzt bin ich hier runtergeflogen. Das wollte ich natürlich nicht. Aber live ist bekanntlich pain. Und deshalb passiert das auch gleich. Ah, hier war... Ja, logisch. Genau, hier bin ich angekommen. Ach, genau. Das hier ist die Stadt. Der allererste Ort, wo ich war. Wo alles angefangen hat. Von dem Schiff, da bin ich runter. Mit dem bin ich hier angekommen. Und, ähm, ja. War das so? Okay, mit dir will ich nichts oder von Vertrag abschließen. Nein, nein, will ich nicht. Hahaha. So. Naja, na gut. Ich würde mal irgendwie... ...so fast behaupten. Wir haben jetzt schon wieder 30 Minuten auf dem Kasten. Ah, ja, ja, genau. Hier darf ich jetzt wieder nicht durch. Ähm, ja, wie gesagt. Ich würde jetzt mal behaupten. Ähm, das war's erstmal für diese Folge. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick, äh, für das Spiel hier, äh, gewinnen. Vielleicht gefällt's euch auch und ihr kauft's euch auch. Dann können wir das gerne auch online zusammenzocken, wenn's denn dann draußen ist. Allerdings müsst ihr beachten, ja, ich spiele nur auf der One. Auch dieses Game hier wird auf meiner Xbox One landen. Also, ich bedanke mich fürs Einschalten. Und hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Vielleicht auch erst dann wirklich, wenn's losgeht. Im Juni oder Juli ist das, glaube ich, wo das Game rauskommt. Und, äh, ja, wünsche ich euch bis dahin auf jeden Fall eine angenehme Zeit. Euer Graf Zocke. Haut rein. Ciao, ciao.